Also in dieser kurzen Präsentation in dem Video möchte ich dir einmal zeigen, welche Schritte du bei uns durchläufst, wie läuft ein Shooting ab, was wird dort alles gemacht und was gibt es im Nachgang noch so alles bei uns zu erleben, um für dich den geeigneten Außenauftritt zu schaffen, zu produzieren, um einfach mehr Kunden und Mitarbeiter für dich und dein Unternehmen anzuziehen. Let's go! Also Schritt Nummer 1 ist ein Kick-Off-Call. Das heißt in diesem Kick-Off-Call, den brauche ich sozusagen, um einfach mal so ein kleines Analysegespräch mit dir zu führen, um das Shooting zu konzipieren. Das heißt, wir schauen in diesem Call, wer bist du, was machst du, was macht vor allem deine Zielgruppe, was erwartet deine Zielgruppe von dir, wie möchtest du wahrgenommen werden, was hast du für Werte, für Prinzipien, was bist du für ein Typ, welche Kleidung sollst du tragen. Also einfach mal so einen groben Abriss von deinem Unternehmen, von deiner Persönlichkeit und von deiner Zielgruppe, um einfach zu schauen, okay, wie muss das Shooting konzipiert sein, damit es am Ende auch das Ziel mehr Kunden und mehr Umsatz erreicht. Dann gehen wir hier rein in Step Nummer 2. Das heißt, wenn jetzt dein Office das Ganze nicht hergibt, dann schauen wir nach geeigneten Locations. Das heißt, wir gucken nach einem Meetingraum, wir gucken, dass wir eben ein Bürosetting haben, also einmal ein professionelles Setting und einmal vielleicht auch ein Setting, was zu deiner Zielgruppe passt. Das heißt, irgendwie ein Handwerksbetrieb, eine Bäckerei, eine Apotheke, ein Logistikunternehmen, was auch immer. Also irgendwas, was mit deiner Zielgruppe zu tun hat. Dann, Punkt Nummer 3, wird das Shooting konzipiert. Das heißt, du bekommst alle Infos mit, um dich optimal auf deinen Shooting-Tag vorzubereiten. Du kriegst ein richtig, richtig geiles Briefing, wo alles drin steht. Das heißt, da steht deine Kleidung drin, da steht alles drin, was du mitnehmen musst, da ist ein Ablauf drin. Also du weißt mit diesem Briefing alles, was du wissen musst und was an diesem Tag passiert. Das heißt, es werden keine weiteren Fragen, das hoffe ich sehr, mehr offen sein. Dann gehen wir rein in Schritt Nummer 4. Schritt Nummer 4 ist dann das Shooting selbst. Das heißt, wir werden circa 4 bis, ich sag mal, bis 8 Stunden, das ist wirklich so das allerabsolute Maximum der Schnitt, sind 4 bis 6 Stunden shooten. Ja, das heißt, halber, dreiviertel Tag, den man sich dafür einplant. Je nach Wetterlage wird auch unterschiedlich gestartet, meistens so um 10 Uhr. Im Sommer gerne ein bisschen später, um so diese Golden Hour, also abends eher die Sonne mitzunehmen, da sieht es tagsüber nicht so geil aus. Da ist es drin ganz cool, aber abends dann nicht. Das heißt, je nach Wetterlage gucken wir, wann wir starten, aber ich sag mal, zwischen 10 und 18 Uhr oder eher zwischen 10 und 16 Uhr sind alles so Startpunkte, die wir auswählen können. Und dann circa 4 bis 6 Stunden mit Indoor und Outdoor. Ja, das heißt, wir haben da auch wieder verschiedene Settings, werden zwischendurch immer so die Kleidung wechseln, um einfach, das ist auch ein ganz, ganz großes Feedback, was wir haben, dass ein Shooting oft aussieht wie mehrere, weil wir einfach verschiedene Settings und eine verschiedene Kleidung haben. Alright, genau, dann bekommst du immer innerhalb von 5, das ist so unser Ziel, es wird auch meistens eingehalten, je nach Fulfillment gerade, also wenn wirklich 4 los ist, dann können es auch 7 werden, aber wir versuchen die 5 Tage immer einzuhalten. Deine Bilder sind immer circa 150 Stück, wir haben auch schon 200, auch schon mehr als 200 geliefert, aber 150 ist immer das, was wir garantieren können, die du einfach bekommst, die du bearbeitet bekommst und die du für alles, was du möchtest, einmal nutzen kannst. Genau, weiterhin, das ist auch ganz wichtig und ein essentieller Part unserer Zusammenarbeit ist die Überarbeitung deiner Social Media Profile. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, wo bist du unterwegs und wo kann man einen Touchpoint mit dir haben, das heißt zum Beispiel Facebook, LinkedIn, Xing, YouTube, TikTok, irgendwelche anderen Kanäle und überarbeiten die. Das heißt, mit einem Banner und mit einem Profilbild, einfach aus dem Shooting, mit deinem Angebotssatz, mit deinem Logo, mit deinem Branding, mit deiner Schriftart, allem, was dazu gehört, auch wenn du es noch nicht hast, dann geben wir dir das vor, aber dass einfach überall ein professioneller Außenauftritt für dich gewährleistet ist. Genau, dann Punkt Nummer 7 ist noch eine kleine Beratung, das heißt, ich möchte dich jetzt nicht mit den Bildern alleine lassen, sondern ich möchte, dass wir am Ende gucken, wie kann man die Bilder jetzt bestmöglich einsetzen. Auf deiner Website, vielleicht hast du schon einen Printreport, was nutzt du für Content, was nutzt du als Profilbild, was nutzt du für PR-Auftritte zum Beispiel, oder auch für Ads, ja, Ads ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiges Thema. Einfach, dass wir gucken, wie setzen wir die Bilder jetzt am gewinnbringsten ein, um, ja, natürlich auch das Maximum rauszuholen. Genau, und Punkt Nummer 8, du bekommst noch ein richtig, richtig geiles Gimmick für dein Office, das heißt, entweder bekommst du einen Roll-Up-Banner, wenn du schon einen Roll-Up-Banner hast, haben wir auch schon oft mit Leinwandbildern gearbeitet, um einfach, wenn du zum Beispiel Kunden vor Ort hast, wenn du einen Zoom-Call hast, um einfach im Hintergrund oder nebenbei nochmal ein richtig, richtig geiles Branding-Element mit einzubauen. Und einfach nochmal für mehr Trust und auch so ein bisschen für mehr, ja, so Autorität, für mehr Größe, ne, das sieht einfach mega cool aus und, ja, schafft einfach nochmal mehr Vertrauen und auch immer so diesen Wow-Effekt, wenn jemand mal mit dir und mit deiner Dienstleistung und deinem Branding in Berührung kommt. Genau, das war's, das heißt, das sind so die 8 Schritte, die wir in einem Shooting haben. Jetzt geht's natürlich auch noch darum zu gucken, okay, es gibt vielleicht auch noch andere Touchpoints, die wir, die wir bedienen können, ja, die jetzt wichtig sind. Das heißt, nicht nur gute Bilder, sondern, wenn du gute Bilder hast, hast du vielleicht auch noch nicht so eine geile Branding-Page, also eine geile Landing-Page, die deinem Branding angepasst ist. Das heißt, auch hier können wir Abhilfe schaffen und dir eine richtig, richtig geile Landing-Page bauen und konzipieren mit allem, was dazugehört. Vielleicht ist es aber auch sinnvoll, bei dir jetzt ein Landing-Page-Video einzusetzen, ja, das heißt, dass die besser konvertiert. Das heißt, wir können da auch in einem Shooting zusammen in einem Paket ein richtig, richtig geiles Landing-Page-Video noch mitbauen und einfach mitdrehen und mitschneiden und auch mit bei dir einsetzen. Was wir außerdem machen, ist ein Report, ja, das heißt, wir gucken einfach, wo macht es am meisten Sinn, dein Branding und deine Außenwahrnehmung perfekt zu konzipieren und das kann auch ein Report sein. Das heißt, ein Report ist zum einen immer ein guter Türöffner für dein Sales-Team, für deinen Vertrieb und zum anderen aber auch ein richtiger Trust-Faktor. Den kann man zum Beispiel auch auf deine Webseite packen und ihn als kostenlosen Lead-Magneten sozusagen mit einbauen, ja, was auch wieder Trust und so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern ganz schön Expertenstatus einfach mit sich bringt. Das heißt, wir gucken, wo können wir deinen Außenauftritt so verbessern, dass du am Ende mehr Kunden gewinnst. Und wenn du genau das möchtest, dann schreib uns einfach gerne auf allen Social Media Profilen, also auf Facebook über Dustin Germann, also mich persönlich oder über Instagram über Germann Production oder auch auf der Webseite über germann-production.de. Kannst du uns schreiben oder ein Beratungsgespräch buchen und wir schauen einfach, was wir in deinem aktuellen State für dich tun können. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Geschäftswoche und ich freue mich von dir zu hören. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Geschichte.